und damit herzlich willkommen zurück liebe freunde der französischen revolution und des selbsthasses wir machen heute die mission das gehört in ein museum für vier spieler schwierigkeit stufe 5 das heißt die mission wird entweder zum erbrechen schwer oder nicht machbar so wie schon ich glaubt marsch der frauen und wie ist das eine das turnier oder so ne marsch der frauen turnier das waren die beiden die man im alleingang nur sehr schwer machen kann das turnier weil man da halt scheiße viel sammeln muss in scheiß begrenzter zeit und marsch der frauen weil die schützen viel zu stark sind weil sie die folge nicht gesehen habt schämt euch holt das nach aber bleibt jetzt erst mal hier nein geht dahin gibt da klicks und dann kommt er wieder zurück denke ich darauf doppelte klicks so macht ihr das bis gleich gut dann gucken wir jetzt halt hier weiter das palais du luxembourg vor der revolution war es das erste museum von paris die kunstwerke darin sollten in den louvre gebracht werden aber einige verschwanden anscheinend hat der hiesige adel sie für sich selbst abgezweigt findet die werke und holt sie zurück die assassinen übergeben sie dann dem lief wozu genau mische ich mich da jetzt ein ich meine es ist doch nichts negatives wenn der könig sich da einfach so ein paar gemälde ich mache mal etwas schwieriger seht es als training an erst müsst ihr herausfinden wo die beute steckt weißt du was du kannst mich auch am arsch lecken meine dame gut wir könnten jetzt da wieder typische war und stil einfach rein platzen riskieren dass wir sterben alles normal von vorne machen müssen und ich mich tierisch aufregen oder wir machen es normal ist eigentlich gedacht ist richtig dreimal könnt ihr raten das war schon von wir sind schon von wir sind schon von wir sind schon von wir sind schon von nein was soll das alles Team ist könnte es mitkommen was denn offen ich kann es nicht sehen die optrien von 300 ich bin einfach durch ich bin einfach durch ich bin einfach durch er hat geklappt und hier ist glaube ich enden gelände für uns ich meine sie erst level der gegner die gegner wirklich hoch mach hallo danke dass du es gemacht hast nachdem wir getroffen wurden ich dachte sich so ja der gegner darf auch mal zum schuss kommen hier oder was du kommst nach oben du kommst nach oben ganz nach oben ich bin wieder raus danke hast geklappt jetzt komm her ich sehe nichts ich hätte vielleicht rauchbomben vor der folge kaufen sollen wäre vielleicht nützlich gewesen ja das wäre sehr nützlich gewesen oh guck mal da unsere belohnung ist schon so gut wie auf null wenn das die einzige schwierigkeit in der mission ist dann ist das okay aber wir haben ja auch gesehen die wachen hier sind level 5 also eine sehr sehr unschöne sache die medizin haben wir jetzt wieder voll aber rauchbomben wäre jetzt auch mal schön ich weiß vorher habe ich immer nach medizin geschrien medizin medizin aber jetzt die kiffgasbomben setze ich auch so gut wie nie ein ne naja ich hoffe das spielt sich jetzt alles hier im gebäude ab und wir können einfach hier durchs ganze gebäude rennen ohne dass wir hier noch ein paar mal raus müssen das sieht echt cool aus hier alter schwede nice gebaut okay zack warum mach doch ich dachte für einen kurzen Augenblick wirklich dass dieser bug wieder da ist dass wir wieder nicht angreifen können alter mach doch ich würde mich irgendwie rollen ich will ehrlich mit euch sein meine laune wird gleich angegriffen oder aber sowas von das ist ein einfallsreicher Limmel ja es wäre auch schön wenn ich mal irgendwie ausweichen könnte gibt es diese option in diesem spiel wo ging das nächste ich glaube da musste ich irgendwie kreis gedrückt halten oder so ich habe mir ein paar moves gekauft da habe ich aber nur gesehen wie auch nur jemanden gefinished hat indem er ihn einfach voll ins gesicht gesprungen ist mit den beiden das sah richtig nice aus das ist ein richtiger takedown ja Medizin schon und gut aber Rauchbomben hallo Mensch das hatten wir doch bereits muss aufpassen da hinten ist der Sniper der Schnipper ich sehe schon Rauchbomben sind mir hier komplett vergönnt da halte ich Arno schnell jetzt weg du schüttelst mich nicht ab nein glaubst du wo steht denn der hä ach da oben alter lol ich finde nicht es gibt keinen kommen mach Arno danke Ehre Ehre Angriff stelle okay auf dieser Ebene also so okay Kommt, das schaffen wir, kommt, das schaffen wir, kommt, das schaffen wir, kommt, das schaffen wir. Jawohl. Ah no, ehrenhaft. Nein, unehrenhaft von euch. Leute! Kann ich jetzt bitte sie rauchbauen, danke. Geh weg hier. Ist da irgendjemand? Als ob sie immer noch nicht tot sind. Gott, was? Mist! Geh weg, Karyo! Okay. Alter, diese Ability lohnt sich übelst. Weil man darf die halt auch nicht einsetzen, wenn zu viele Gegner da sind. Da ist man auch am Arsch. Diesen schweren Hieb, den ich die ganze Zeit einsetze. Verdammt, Medizin über Medizin. Ich will mich ja gar nicht beschweren, dass ich Medizin ohne Ende kriege, aber... Irgendwie auch doch... So. Ihr habt doch immer Rauchbomben. Komm, gib mir was ab, mein Freund. Komm, auf der Hand. Ach, schade. Die Prinzessin ist in einem anderen Schloss. Oh mein Gott. Das war eine Anspielung auf... Mario... Also es war Mario Bros. Das finde ich cool. Okay, ich schätze mal eine Ebene weiter unten. Oder? Nee, gleich hier. Was? 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 Auch nicht. Ich hab überall nichts. Sorry. Lustig, lustig. Junge Dame. Komm ich hier durch? Nee. Ich muss nicht sprechen. Nee. Ich dich aber nicht. Beziehungsweise, ich will dich nicht sprechen. Alter, diese Fähigkeit ist halt wirklich übertrieben stark. Aber gut, die Gegner sind es halt auch. Geht mir die Hose etwas zu eng? Ja, die sitzt mir zu eng. Wie fühlst du denn? Ich glaub, das mit den Rauchbomben kann ich vergessen. Ich glaub, da kriegen wir nichts. Du bist das, was am nahesten dran ist. Am nahesten dran. Und da frage ich, wie er mich sehen konnte. Ja, vielleicht durchs Fenster noch. Heiß ab, das Ding. Gut gemacht. Dankeschön. Nee, hier will ich nicht sein, oder? Will ich hier sein? Ja, hier will ich sein. Ich geh doch sehen, ihr beiden. Das war angenehm schwer. Fordernd, aber immer noch angenehm. Damit bis zum nächsten Mal. Haut rein und bleib gesund. Und zwar, in der �iterPand. Die Hosele- also, in der Lebenssituation, Das war angenehm. Das war angenehm. Und zwar, als hätte ich mich nicht so. Vielen Dank.